Was ist das BNI? BNI bietet im Rahmen der Mitgliedschaft auch Trainings an, die einen dabei fördern, besser netzwerken zu können. Dabei hatte ich ganz ein lustiges Erlebnis. Wir hatten in unserem Unternehmer-Team ein neues Mitglied. Der hat in 20 Sekunden seine Kurzpräsentation durchgebracht. Ich habe ihn dann eingeladen ins Präsentationstraining, habe ihn dort mit drei Leuten ins Team gebracht, die sehr gut sind im Präsentieren. Und seither schafft er das, 60 Sekunden spannend, lebhaft und vor allem informativ sich selber zu präsentieren und den anderen zu erklären, was er macht.